Unfälle und Krankheiten kommen meist unverhofft und können neben den gesundheitlichen Folgen auch finanziell sehr unangenehm sein. Wenn beispielsweise die Heilung länger dauert, führt das zu Einbußen bei der Lohnfortzahlung. Eine Taggeldversicherung sorgt ergänzend zum Lohnersatz dafür, dass der Lebensstandard während der Heilungsphase gehalten werden kann. Das Risiko mag heute klein erscheinen, aber darüber nachzudenken lohnt sich.